Die Funktion Bereiche oder anders formuliert Fernstartpunkte ermöglicht es dir, neben dem Start aus der Ladestation noch drei weitere Punkte entlang des Leitkabels zu definieren, von welchen aus der Mähroboter starten soll. Komplexe Gartenformen lassen sich so in Startbereiche unterteilen und die Gartenabdeckung um ein Vielfaches erhöhen. Ein Fernstartpunkt wird über die Distanz zur Ladestation und über die Häufigkeit, wie oft er von diesem Punkt aus starten soll, programmiert. Die Entfernung zum gewählten Fernstartpunkt ermittelst du am besten über die Funktion Testen. Bei dieser Funktion verlässt der Mähroboter die Ladestation und folgt dem Leitkabel. Am gewünschten Punkt einfach kurz die Stopptaste drücken und die Entfernung in Meter am Display ablesen. Durch ein Drücken der Starttaste folgt der Mähroboter dem Leitkabel weiter. Falls erforderlich, können so die zwei weiteren Fernstartpunkte ebenfalls ausgemessen werden. Wie häufig jeder Fernstartpunkt angefahren werden soll, wird über eine Prozentangabe eingestellt. Ergeben die addierten Häufigkeiten der Fernstartpunkte keine 100 Prozent, startet der Mähroboter die restlichen Prozente an der Ladestation. Bei der Reihenfolge der Fernstartpunkte kommt ein Zufallsprinzip zum Einsatz. Eine Vorhersage, wann welcher Startpunkt angefahren wird oder verwendet werden soll, kann daher nicht gegeben werden. für einen èm